Ey du dämlich auf Versage, denkst du kannst mich hier doch petten Aber vorzell du weißt nicht mal wie man ansatzweise bettelt Ja du hast deine Zirkelfreunde im Rücken Wie keine andere Schwule haben auch Leute im Rücken So wie du dein Vater Ey boy, ein bisschen bist du langweilig Du erkannt Videos, doch schon ein Beweis für Du bist pein Ja du steppst ins Turnier und ich zeig dir meinen Step-Tanz Du rennst weg, hast da Angst und du weißt, dass du weg kannst Du hast recht, wenn du kommst, wird das Maul gehalten Demidiert um in Versage will sich einfach keiner unterhalten Angemobbt ist ne Mischung aus Angepisst und Wischmob heiß auf Deutsch Ich wisch mit dir meine Pisse weg Ey wir wissen doch beide, dass du Vollversage hier rausfliegst Du hast wohl noch nicht mitbekommen, dass deine Runde hier kommt Zieh ich guck mit deinen Runden in anderen Turnieren an Und weißt du was mir auffällt? Junge du kannst dich rappen, mach Angemobbt trot sich nicht mal die Wodka anzufassen Aber was erwartet man auch von so nem komplett hohen Spass? Die Frage, die sich mich stellt, ist der Alman überhaupt schon alt? So wie der aussieht, hat der Alman nicht von Bier in seinem Kasten? Angemobbt trot sich nicht mal die Wodka anzufassen Aber was erwartet man auch von so nem komplett hohen Spass? Die Frage, die sich mich stellt, ist der Alman überhaupt schon alt? So wie der aussieht, hat der Alman nicht von Bier in seinem Kasten? Zweiter Panduta, das wäre schon genug, doch ich hab noch was rausgefunden in meinem blauen, schlauen Bruch Der kleine Angemorpelt ist damals in meiner Heimatstadt geboren, doch ist er wieder abgehauen, denn meine Ausländer haben ihn verdorben Damals in der vierten Klasse wurde es echt peinlich für dich, denn du wurdest vor einer Klasse von einem Hasen angefickt Seit diesem Tag ist Angemorpelt ein dummer Spitzenarbe und hast Angst, dass Leute darüber nochmal einen Witz machen Seht euch diese dumme Hasen, fress wohl Angemorpelt an, der kann was, was keiner kann, der trägst mit jedem Hasenmasse Es ist schon ziemlich peinlich, dass du das heute vor jedem versteckst, doch heimst es, seit dann gibt's nun endlich dieses Battle jetzt Angemorpelt trotzig, nicht mit dem Wodka anzufassen, aber was erwartet man auch von so nem komplett holen Spass? Die Frage, die sich mich stellt, ist der Alman überhaupt schon 18? So wie der aussieht, hat der Alman nicht mal Bier in seinem Kasten? Angemorpelt trotzig, nicht mit dem Wodka anzufassen, aber was erwartet man auch von so nem komplett holen Spass? Die Frage, die sich mich stellt, ist der Alman überhaupt schon 18? So wie der aussieht, hat der Alman nicht mal Bier in seinem Kasten?